Hallöchen liebe Balkonfreunde! In diesem Jahr nehmen wir euch mit auf unsere Dachterrasse. Diese werden wir in diesem Jahr komplett neu einrichten und zu einer hoffentlich bunten und nahrhaften Wohlfühloase machen. Auf diesem Kanal nehmen wir euch mit auf die Reise. Lasst uns also, falls noch nicht geschehen, ein Abo da, um keine Videos zu verpassen. Bevor wir mit dem Anpflanzen beginnen können, brauchen wir natürlich auch passende Pflanzkübel auf unserer Dachterrasse. Wir haben uns aus diesem Grund ein schickes Hochbeet mit integriertem Schrank aus Paletten gebaut. Wir zeigen dir in diesem Video, wie auch ihr euch so ein Hochbeet bauen könnt. Wir haben uns über eBay Kleinanzeigen einige kaputte Einwegpaletten besorgt und teilweise die Bretter entfernt. Man kann es sicherlich auch mit Euro-Paletten bauen und Brettern aus dem Baumarkt. Wir wollen aber das alte Material möglichst recyceln. Zunächst haben wir zwei Paletten geteilt, da das Hochbeet sonst zu tief geworden wäre. Die Seiten haben wir dann mit Brettern verschraubt, um einen sauberen Abschluss zu erhalten. Als nächstes haben wir Bretter zugesägt und innen in die Paletten geschraubt, so dass wir später eine Auflage für unsere Bretter haben. Nun haben wir erst einmal grob positioniert, um zu sehen, wie es später aussehen soll. Um einen rustikalen Look zu bekommen, haben wir zunächst einmal alles von allen Seiten mit dem Abflammgerät abgeflammt. Passt dabei auf, dass ihr das Abflammgerät nicht zu dicht an das Holz haltet, sonst wird es sehr schnell schwarz. Dann haben wir damit begonnen, den oberen Bereich zu bauen. Hier soll später das Hochbeet entstehen. Um etwas Material zu sparen und da die Bretter ohnehin alle schon etwas schief waren, haben wir einige Spalte zwischen den Brettern gelassen. Anschließend haben wir das gleiche Spiel unten gemacht. Auch hier haben wir fünf Bretter verschraubt. Innen haben wir dann ein paar Leisten angeschraubt, um die Seiten im Pflanzbereich noch mit ein paar Brettern auszukleiden, so dass man einen schönen und sauberen Pflanzbereich hat. Vorne haben wir ebenfalls Bretter zugesägt und angeschraubt. Unten haben wir uns kurzerhand dazu entschlossen, einen Teil zu schließen. Hier haben wir also noch eine Leiste angeschraubt, um später die Bretter festschrauben zu können. Nun ist eigentlich alles montiert. An einigen Stellen haben wir nun noch etwas geschliffen, um später keine Splitter zu bekommen. Den Pflanzbereich haben wir nun aus einem alten Stück Folie ausgekleidet. Mit dem Elektro-Tacker haben wir die Folie ringsherum angetackert. Fertig ist unser neuer Hochbeetschrank für unsere Dachterrasse. Er bietet genug Stauraum für Eimer, Gießkanne, Schaufel, Grubber und Co. Und oben haben wir dazu ordentlich Platz für Obst und Gemüse. Nun müssen wir damit nur noch auf unsere Dachterrasse. Wir haben uns dann spontan noch dazu entschlossen, ein paar Rollen unter den Hochbeetschrank anzubringen, so dass wir diesen auch auf unserer Dachterrasse bewegen können. Die Rollen verlinken wir dir noch einmal in der Videobeschreibung. Nun ging es ans Befüllen. Da wir keinen Ablauf eingebaut haben, füllen wir zunächst eine große Schicht Tongranulat ein. Diese dient als Drehenschicht. Anschließend geben wir ein Vlies darüber, so dass die Erde nicht mit der Zeit nach unten durchgeschwemmt wird. Anschließend folgt dann etwas Mutterboden, gefolgt von viel Kompost und oben wieder unsere beliebte Hochbeeterde von Combo. Mit der haben wir in den letzten Jahren immer wieder gute Erfahrungen gesammelt. Nachdem wir das Hochbeet einmal etwas bewässert hatten, ging es dann auch schon ans Einpflanzen. Für die Seiten haben wir uns extra noch kleine Pflanzkästen geholt, die perfekt an den Rahmen passen. Diese sind speziell für Paletten gefertigt. Wir verlinken diese auch noch einmal unter diesem Video. In die Pflanzenkästen pflanzen wir zunächst Oregano und Thymian. Wir wollen die Kräuter extra nicht zu dicht pflanzen, damit sie auch noch etwas Platz zum Wachsen haben. In das Beet selbst geben wir zwei kleine Erdbeerpflanzen, so dass wir auch auf der Dachterrasse neben Blaubeeren, Himbeeren und Brombeeren auch ein paar Erdbeeren zum Naschen haben. Auf die andere Seite kommt noch ein Rosmarin. Später soll hier noch ein Basilikum wachsen. Mittig setzen wir eine Chili. Für den restlichen Platz überlegen wir uns auch noch etwas in der nächsten Woche. Natürlich gießen wir nun alles kräftig an. Wir haben euch wie immer das ganze Material in der Videobeschreibung verlinkt und hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Wir freuen uns über jeden Kommentar oder Daumen nach oben. Abonniert auch gerne unseren Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Tschüssi! Tue ich! Tschüssi!